Hallo, ich bin Milo, die Frontfrau der Band Ronda. Und ich bin Astrid, die Frontfrau von Talk.Dot. Und wir beide haben nämlich nächste Woche Donnerstag einen schönen Frauenabend, oder? Wir machen uns das ein bisschen nett. Wartet mal ganz kurz, ihr beiden. Ich muss mal kurz telefonieren. Wen ruft da bloß an? Hallo, Peter, bist du dran? Du, die Mädchen wollen ganz alleine sprechen und haben uns quasi ausgebotet. Das geht doch nicht. Du kommst auch, oder nicht? Also ohne dich ist doch scheiße. Lass mal, komm mal vorbei. Also Peter kommt auch. Okay, dann würde ich sagen, eventuell Talk.Dot.doch mit Milo und Ben und Peter. Schöne Grüße nach Hause. Tschüss. Bis dann.